Was ist mit dir? Töte die angreifenden Zombies. Nö, ich mach einfach die Tür zu. FBI, open up! Oh shit. Hey Kinder, ich gebe euch ab. Willkommen zu Walk-In Zombies Teil 2. Ein kostenloses RPG. Lustiges Spiel, sagen sie zumindest von sich. Intro hab ich eben schon gespielt, um zu gucken, ob es überhaupt was für uns ist. Und Leute, Leute. Guck mal, guck mal, pass auf. Warte mal, warte mal. Schön, dass du hier bist. Warum bist du voll mit Scheiße? Ist der voll mit Scheiße? Ich seh keine Scheiße. Ja komm, frage einfach mal. Ich saß auf der Toilette und hab meine Uhren aufgezogen. Dabei sind sie mir in die Toilette gefallen. Okay. Das ist das Einzige, was mir noch von meinen Eltern geblieben ist. Könntest du sie für mich rausholen? Schmunziger Job, mach ich easy. Warum ist alles voll geschissen? Knossi-Style. Okay, komm, wir greifen. Oh, Alter, wo kommt? Oh, shit. Wo kam das jetzt alles her? Ich muss reingreifen. Warte mal, ich muss die Uhr suchen. Bitte geh mal kurz zur Seite. Scheiße, dankeschön. Oh mein Gott, wo ist es? Nein, 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 nein. Das ist das perfekte Spiel für uns. Aber kann ich die Scheiße dann an die Seite machen vielleicht? Ja, kann ich. Sehr gut. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ha! It's the clock! Grandfather's clock. Kack. Ich hab deine Uhr, Boris. Hier. Bitte schön. Ein Kinderspiel. Wie wäre es mit einer Belohnung? Und er. Klar. Hier ist scheiße. Ja, ich will eine Belohnung. Ich hab hier etwas essen, aber das sind meine letzten Lebensmittel. Gib's mir. Ach, komm, verstehe. Ich werde, ist ja schon in Ordnung. Du musst mir noch einen Gefallen tun. Ich hab ein Foto meiner Frau in unserem Klo. In unserem alten Unterschlupf gelassen, aber jetzt kann ich es nicht holen. Ja, klar, sag's mir. Könntest du da hingehen und das für mich holen? Ich gebe dir etwas für meine Ausrüstung, das ich nicht verwende. Wahrscheinlich scheiße dran. Komm, Boris. Mach ich. Amanda, what are you doing? Okay, ich hab ein Geheimnis, aber sag's. Mach mal nicht. Okay. Hey, was ist los? Hast du etwas Zeit? Ich kann im Moment nicht mit dir spielen. Boris, hab ich schon so eine Scheiße? Ältester. Ach ja. Am Anfang ist die Kamera auf ihn gefahren, um dich zu verarschen. Ach, du denkst, oh cool, ich bin schon ein ziemlich cooler Kerl geworden. Aber meiner sieht aus wie die Pest mit so Kacke im Gesicht und sowas. Ich bin wahrscheinlich Boris, dein Sohn. Hey, Frank. Ich hab gerade keine Zeit für dich lernen. Zuerst, wie man mit der Waffe umgeht. So, da du jetzt weißt, wie man schießt, habe ich einen Job für dich. Hast du Interesse? Nee, doch. Eine hole der Zombie ist das letzte Nacht durch den Schießstand gelaufen. Du musst dahingehend den Zaun reparieren. Okay. Ach ja, ich kann mit meiner krassen Maschine nicht fahren, weil ich muss hier drauf und dann auf hier drauf tippen und dann halt hinfahren mit meinem Sprit. Den Sprit kann man wahrscheinlich irgendwie generieren. Gibt es übrigens auch, ich weiß, man sieht es schon, gibt es übrigens auch für Schmandfone. Kann man sich auch auf Google Bums runterladen. Kostenlos, Leute. Wahrscheinlich wollen sie ja, dass man den Dreck kauft hier, ne? Natürlich. Sammeln. Ja, gönne ich mir. Danke. Was ist das? Ich glaube, es ballert. Öh, free. Man bekommt jede Stunde free. Okay. Passt auf, hier oben ist die Schadenszone getrippelt. Da unten. Ganz klein. Achtung, das ist meine LK. Die habe ich vorhin bekommen. Und ich habe mir eine, eine Ding ausgesucht. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh. Ich schlag mal kurz die Frau da. Oh. Hä? Habe ich die getroffen oder was? Okay, gut. Das Schlaggeräusch ist sehr leise. Habe ich irgendwie meinen Ton aus? Nee. What's the money, dude? Bam, critical. Another critical. And another way. Und ein Minimal. Das ist nur ein kleiner Minimal hier unten. Haa. Öh. Minecraft. Durchsuche den Müll. Na, bohre es wieder. Ich glaube, ich habe das Bild in Scheiße verloren. Öh. Das Gameplay ist sehr geil. Auch die, äh, die Controls. Entschuldigung, Madam. Sie haben da was im Gesicht. Die Controls sind nice. Man kann hier schön rumäumen, ballern und so weiter. Es fühlt sich alles super an. Ich weiß nicht, wie es auf dem Handy ist. Ich durchsuche mal eben den Müll. Ich muss gerade nichts machen. Das geht von alleine. Tötet die angreifenden Zombies. Nö, ich mache hier einfach die Tür zu. FBI, open up! Oh shit. Guck mal, da hinten ist noch so ein Fockel. Achtung. Bam! Oh my God! Richtig krasser Schraubshooter in the house, eh. Ich nehme mal eben die Hütte auseinander. Hier im Image-Tro ist übrigens generell mein Schotter. Ich habe hier tatsächlich Schott. Okay. Habe ich hier nicht ausgerüstet meine Schuhe? Was? Hose ausrüsten, aber zackig. Was ist das? Puff Reis? Ah, Munition. Ich suche mal eben den Müll von Boris. Ist wahrscheinlich Kacke drin. Okay, äh, da ist es ja schon. Boris, ich habe es. Ist sogar sauber. Oh fuck. Zambi ist all inbound. Putz! Was passiert, wenn ihr mich schlagt, oder was? Schlagt, könnt ihr mich gut schlagen? Guck mal, wie ich ihn gebe. Am laufenden. Was? Ich habe Boris seine Frau gefunden. Gibt es hier auch Physics? Ja! Also ein bisschen. Ich frage mich, wie das auf dem Handy dann aussieht. Öh! Habe ich hier eben Munition bekommen, oder was? Kriege ich, wenn ich jemanden kill, Munition? Wie, wie muss ich das jetzt reparieren? Ach so, hier. Also, was habt ihr denn hier getrieben? Ihr Zombie-Pisser. Öh, was ist das? Was ist das? Zombie-Müllsucher. Es gibt übrigens, mal eben so erwähnt am Rande, ganz viele Story-Quest-Geschichtigen Sachen. Es gibt Boss-Zombies. Mittelmäßige Boss-Zombies, so wie der Hans wusste gerade eben. Komm, ich gehe mal da hinten kurz das Zeug zu klöppeln. Stop it, verliebt. Okay, die sind... Oh, die sind echt easy. Das fliegt direkt zu dir hin, was du von ihnen sammelst. Okay. Nicht mit mir. Ihr Säcke! Was ist mit dir? Immer schon einzoomen, Leute. Um die Munition zu sparen. Habe ich gerade einen E-Drink gesammelt? Alter, Boris, wenn du mir jetzt nicht 8 Millionen Dollar gibst, rast dich aus. Boris, ich komme! Wir haben einen Händler bei uns. Guck, wie cool der aussieht. Alter, die haben alle Läuse. Also Sackratten. Gib erstmal den Missions ab. Vielleicht gehen wir noch mehr. Läuft? War ein Kinderspiel. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Ich habe ein tolles Angebot. Ja, sag's mir. Spricht er mich mit sie an? Hallo, ich bin Hans Wurst aus dem Camp. Wir kennen uns. Snack ich mir. Danke, Boris. Und ich habe einen Hut bekommen. Insane. In the membrane. Und Benzin. Sehr, sehr schön. Ich kann doch... Ich habe doch einen Gürtel da unten. Da habe ich keinen Gürtel an. Babbelt mir die Hose auf Halbmast. Fertigkeiten. Es geht langsam aber mal los. Los, Leute. Mache ich direkt drei hoch. Weil da brauchen wir für die Frau. Toll. Ach Gott, der gibt mir Geld. Hier, ich gebe dir einfach mal ein bisschen Geld. Snack dir was beim Händler. Ja, gönne ich mir. Eine Pump. Will ich. Aber ich habe nicht genug. Ich gehe mal kurz zu Amanda. Ich glaube, die hat was. Keine Sorge. Ich werde der Mann an nichts verraten. Ich habe draußen eine... Alter, ist das jetzt eine Frau oder was? Spreche ich noch mit dem Kind? Ich habe draußen eine Waffe gefunden. Möchtest du sie haben? Oh, eine Glocke. Glocki, Glocki. Give me that chat, brah. Geh in den kleinen... Kleinwarte. Erledige dort alle Zombies. Ich kümmere mich darum. Na klar, Frankie, Banky, Hanky. Die Glocke ist ja nice geworden. Hey, Glock. Okay, aber die macht halt nicht so viel Damage wie so eine geile... Pass mal, ob ich versuche mal Run and Guns zu machen. Achtung. Bopp. Bopp. Okay, jetzt mache ich Dauerfeuer. Achtung. Alter, wie krank war denn das? Im Keller. Du altes Schlitzohr. Frank. Deine Frau und dein Sohn sind doch da. Boris, ich brauche einen Code. Okay, okay, okay. Ziemlich easy, Boris. Was ist los mit euch? Was ist eigentlich passiert bei dir im Leben? Munitionsvorräte. Ran. Ab in den kleinen Wald. Oh. Pass mal auf. Oh nein. Ich wollte es ja eigentlich noch warnen. Okay, Achtung. Oh nein, feier in der Haul. So, Schluss jetzt. Aus die Maus. Mission abgeschlossen. Boom, auf nach Hause. Were you looking for me? Yeah, yeah. Sit down. We have quite a serious problem. We are doing great. Look at that goulash. Well, when I was discussing it with Frank, he proposed to eat you first. So far. Nom, nom, nom. We are going to be right back. We are going to be right back. We are going to be right back.